Auf der Kinderstation lernt Ärztin Tabea Rode jetzt die kleine Lea kennen. Die Neunjährige war das erste Mal mit dem Freund ihrer Mutter alleine. Dabei kam es zu einem Unfall. Und hinter dem steckt etwas, das Tim Roland seiner Lebensgefährtin Barbara verheimlichen will. Na ja nicht. Was ist denn da passiert? Geht das für dich mit dem Sitzen? Ja, ihr ging es eigentlich ganz gut. Und dann haben wir gespielt zu Hause, rumgedollt und dann ist sie hingefallen. Und seitdem klagt sie über Rückenschmerzen und über Kopfschmerzen und ja, ist irgendwie ausgerutscht. Und dann bin ich halt mit ihr zum Krankenhaus. Die Standards sind unten schon gelaufen. Laborstandards, Labor ist abgenommen worden. Temperatur hatte sie ein bisschen gehabt. Unten schon haben die gesagt. Also das kann ich auch nochmal kontrollieren, wenn du möchtest. Okay, und sonst Vitalparameter? Auch, das war alles in Ordnung. Ich hab die mal so rumgetobt. Ich hätte gesagt, sie ist doch schon. Die ist doch noch nicht so ganz fit. Ja. Oh ja, guck mal. Das hat sich zwei. Aber schon. Das ist schon hoch. Und Sie sagen, sie hatte jetzt zuletzt kein Fieber mehr? Die war jetzt fieberfrei. Jetzt hatte sie kein Fieber. Tut dir irgendwas weh? Mein Kopf und mein Rücken. Nur dein Kopf und dein Rücken. Tut das weh? Auch nicht. Okay. Dann mach doch einmal ganz weit den Mund auf. Richtig weit. Und die Zunge raussträgen. Genau, super machst du das. Okay, toll. Brauche ich kein Stäbchen, kann alles so sehen. Kannst du dich wieder hinlegen. Genau, du darfst dich einmal wieder zurücklegen. Dann zeig mal deine Hände. Ist da irgendwie was verbunden? Das sieht ja fast so ein bisschen... Sind Sie sicher, dass sie in der Wohnung gestürzt ist? Denn sie ist ja auch schmutzig, ne? Das sieht schon so ein bisschen aus, weil sie draußen hingefallen ist. Nee, nee, wir sind nicht rausgegangen. Und die Knie. So, hast du ehrlich gesagt, dass wir nicht rausgehen dürfen? Was andere Knie, ist da auch was? Nein, das ist okay. Also nur dieses... Das sieht schon... Aber wirklich nur zu Hause. Sieht echt aus, wie wir haben ein Spielblitz. Okay, also es wirkt ein bisschen anders. Aber okay, wenn Sie sagen, übereinstimmt ja auch, es war zu Hause, dann okay. Ich hatte den Eindruck, dass sich Lea sehr gut mit dem Freund von der Mutter versteht. Wir haben da auch so Blickkontakt gehabt. Und irgendwie kam mir die Sache nicht so geheuer vor, dass die nur drinnen gefallen ist. Also irgendwas war da im Busch. Also, wir haben jetzt ziemlich hohes Fieber. Ehrlich gesagt macht mir das ein bisschen Sorgen, weil sie keinen Fokus dafür hat. Also Kinder dürfen natürlich Fieber haben. Aber wenn sie jetzt weder rote Ohren, noch einen roten Hals, noch sonst irgendetwas Greifbares haben, hattest du irgendwie Durchfallerbrechen oder sowas, Husten, Schnupfen, gar nichts. Dann ist das schon komisch. Bist du auf den Kopf gefallen, als du hingefallen bist? Nein. Auch nicht? Okay. Lea war in keinem so besonders guten Allgemeinzustand. Sie hatte ja diese Schürfwunden und so weiter und auch das Fieber. Aber all das passte irgendwie nicht so richtig zusammen und vor allem die Verletzung auch nicht zu dem, was der Vater oder der Stiefvater und sie selber gesagt haben, wie es passiert sein soll. Das hat mich schon irgendwie so ein bisschen stutzig gemacht. Ich würde sie auf jeden Fall schon ganz gerne einmal hier behalten. Eigentlich nicht wegen dem Sturz, das macht mir nicht so viel Sorgen, aber Fieber ohne Fokus so hoch, das finde ich schon ein bisschen komisch. Wenn sie sagen, sie hatte das auch vorher schon. Ja. Muss mir das echt sein. Ich habe jetzt erst mal aufgepasst und bin jetzt so traurig, dass sie jetzt, muss sie echt hierbleiben. Es ist so schlimm. Zur Sicherheit machen wir das jetzt einfach, oder? Ja, was heißt so schlimm? Vielleicht ist ja auch nichts Dramatisches. Das werden wir dann im Blut sehen und wenn alles in Ordnung ist und nichts Dramatisches ist, kann sie auch ganz schnell wieder gehen. Ich wollte Lea auf jeden Fall stationär da behalten, um einmal auszuschließen, dass hinter dem Fieber irgendeine dramatischere Ursache steckt. Letztendlich konnte ich halt in der primären Untersuchung keinen Grund finden, warum sie Fieber hat und dann sollte man wirklich immer so alle Warnglocken schrillen hören. Und in Leas Fall war das ja auch gar nicht schlecht, dass ich das so gemacht habe. Denn Leas Fieber wurde von etwas ausgelöst, wovor viele Eltern Angst haben. Während die 9-Jährige stationär aufgenommen wird, kommt Martha Engels zur Ärztin Tavia Rode. Die junge Mutter befürchtet, dass ihr Bibi Paul sie plötzlich ablehnt. Das ist unsere Stationsärztin, Frau Dr. Rode. Wir gehen so klein, dass die Frau Engels ein kleines Problemchen hat mit ihrem... Ja, ich höre schon, da war ich hier mal ganz schön doll. Was ist denn da los? Ja, er weint halt ständig, mein kleiner Paul, und ich weiß halt die Ursache nicht. Waren Sie schon mal beim Kinderarzt deswegen? Ja, natürlich war ich schon beim Kinderarzt gewesen. Aber es ist nichts, also er kann auch nichts selber herausfinden. Okay, also er hat nichts... Also nichts Auffälliges, nein, gar nichts des Gleiches. Und gibt es irgendwelche bestimmten Situationen, in denen das Kind immer wieder weint, oder? Ja, das ist halt immer wieder, wenn es auf meinen Armen ist. Ich frage mich halt auch, was der Grund des Gleiches ist, warum es immer wieder schreit, wenn es auf meinen Armen ist. Bei den Schwiegereltern schreit es nicht, bei meinem Mann schreit es nicht. Also immer wieder nur wirklich, wenn es auf meinen Armen ist. Und das macht mich halt sehr graubig auch. Uns tat die Frau Engels wirklich sehr leid. Das war ihr erstes Kind, dadurch war sie vielleicht noch etwas unsicherer und nervös. Das hat sich vielleicht aufs Kind übertragen. Und wenn ein Kind immer weint, und ganz speziell immer bei der Mama auf dem Arm, wo es eigentlich ruhig wird, das bringt einen schon zum Verzweifeln. Aber im Nachhinein, das Problem war so klein und lag so nah. Schlimm, oh Gott, ja. Vorsicht. Psst, sehen Sie? Und genau das meine ich. Und er ist direkt ruhig. Das kann ich nicht nachvollziehen einfach. Er ist direkt ruhig. Na gut, ich schaue einmal. Ich meine, jetzt liegt er da schön und ist ruhig. Ich versuche einmal, ihn da zu untersuchen. Das ist vielleicht am einfachsten für alle. Okay, kommst du so rein? Ja, das wird schon gehen. Hallo, Paul. Hey, du schaust. Willst du das mal wegmachen? So. Kommst du dran? Das geht schon, das geht schon. Das ist die Frau Doktor für alle Fähigkeiten. Die Frau, die so wenig wie möglich stört. Das nervt, ne? Ja, es nervt sehr. Ich glaube, es nervt wirklich. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie so ... Ich verstehe es einfach nicht. Immer wieder, sie sehen es selber. In diesem Fall war eigentlich die Anamnese, wie so oft, das A und O. Also das ist sehr häufig so, dass man durch Fragen und durch Reden schon 90 Prozent der Diagnose stellt. Und auch hier war es dann so, dass es sehr wahrscheinlich eine ganz einfache Erklärung für Pauls Verhalten gab. Und es ist wirklich immer so, wenn Sie es hinlegen, dann hört es auf. Dann hört es sofort auf. Sobald es liegen tut, ist mein Kind ruhig. Das ist ja auch eigentlich sehr unlogisch. Also dann kann es eigentlich nicht sein an Krankheiten oder so. Sobald ich es auf den Arm tragen tue. Was mir auffällt, ist, Sie haben ein starkes Parfüm drauf. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja, das ist neu. Das riecht gut, ne? Das ist neu. Ja, es riecht gut, aber es riecht echt sehr, sehr intensiv. Seit wann haben Sie das? Seit zwei, drei Wochen habe ich mir das zugelegt. Ja. Das ist ein ganz neues Parfüm. Seit zwei, drei Wochen? Ja, ich finde es auch gut. Aber ich glaube, Ihr kleiner Sohn findet das nicht gut. Gerade so kleine Babys, die sind schon sehr gestört durch so Veränderungen wie zum Beispiel Gerüche oder sowas. Versuchen Sie es wegzulassen. Vielleicht wird es dann ja besser. Vielleicht hört er dann auf. Weil das ist das Einzige, wie ich es mir jetzt gerade erklären kann, ehrlich gesagt. Und Sie meinen wirklich, dass es wirklich nur an den Parfüm an sich selber legen kann? Das ist die einzige Erklärung, die ich gerade habe. Also probieren Sie es einfach. Wenn es wirklich so ist, das ist wirklich jetzt wirklich nur, wir könnten es jetzt hier ausprobieren, aber besser ist es zu Hause. Genau. Lassen Sie es erstmal die nächsten zwei Wochen oder so weg. Der Parfüm weg. Und lassen Sie andere Parfüms und stark riechende Bodylotions und sowas auch einmal weg. Und gucken Sie mal, ob das was ändert. Sollte das nichts ändern, dann gehen Sie nochmal zu Ihrem Kinderarzt und dann muss man weitersuchen. Aber das wäre ja eine schöne, einfache Erklärung. Ja, natürlich. Da bin ich auch jetzt wirklich sehr zufrieden. Manchmal ist weniger mehr. Und das war auch des Pudels Kern. Es war einfach zu viel Parfüm bei Frau Engel. Wir wissen es nicht, aber wir haben es vermutet. Und haben Sie auch in diesem Glauben nach Hause geschickt. Sie soll es einfach mal versuchen. Denn Babys haben einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Und wir werden sehen, was passiert. Tabia Rohde soll recht behalten. Ohne Parfüm hat Baby Paul auf dem Arm seiner Mama nichts mehr zu meckern. Ganz so einfach ist der kleinen Lea leider nicht zu helfen. Während der Nachtschicht von Schwester Selvia nimmt das Fieber der 9-Jährigen beängstigende Formen an. Auch für Zimmergenossin Kathi erschreckend. Kathi, um Himmels Willen, hast du mich jetzt erschreckt? Was machst du hier? Da geht es nicht so gut. Bitte? Ich glaube, da geht es nicht so gut. Ach, du liebe Zeit. Bist du noch so müde? Der passt aber mal gut auf. Leg dich mal hin. So. Tabea, du musst bitte sofort auf Station kommen, die Lea krampft. Alles klar. Als ich dann nachts zu Lea ins Zimmer gerufen wurde, war die Situation schon so ein bisschen dramatischer. Was dann letztlich der Grund dafür war, wussten wir ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Lea? Lea? Kannst du mal bitte Mita zu lahm für P.O.? Mau nicht. Wir geben dir jetzt ein Medikament und dann hört das auf. Okay, ich mess mal die Temperatur in der Zeit. Okay. 40,5. Alles gut? Weiß nicht. Okay. Das ist erschöpft, ne? Hat die Lea irgendwas gesagt, dass es ihr nicht gut geht oder so? Also, dass es ihr nicht gut geht oder dass sie schmerzen hat, hat die mir nicht gesagt. Aber sie hat mir nur gesagt, dass sie im Urlaub mit ihrer Mutter war. Und die waren so im See halt spazieren. Die waren sehr oft spazieren. Und also, die waren in Bayern. So, zerebrale Anfälle oder eben Krämpfe können ja unterschiedliche Ursachen haben. Es kann natürlich etwas Chronisches dahinter stecken, also eine epileptische Erkrankung. Und andererseits kann sowas natürlich auch immer mal eine schlimmere Erkrankung sein, die dann eben auch die Hirnhäute befallen hat. Das musste ich in dem Fall ausschließen. Konnte ich Gott sei Dank auch. Sie war nicht nackensteif. Da war nichts zu finden. Dafür habe ich aber was ganz anderes gefunden, was die Symptome auch sehr, sehr gut erklärt hat. Jetzt gucken wir mal, ob du deine Brust küssen kannst. Na, das klappt noch nicht ganz, ne? Aber ansonsten geht's. Komm, dann machen wir einmal hier. Soll ich die Beine hoch? Das geht auch. Was denn? Die Mutter informieren? Die Mutter informieren? Nee, ich würde sie jetzt erstmal untersuchen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So. Ist das gesinnt? Sehe ich auch gerade jetzt. Okay, ja, das ist krass. Dann fürchte ich, wir haben schon den Grund, warum das hier alles passiert. Erklärt zumindest einiges. Kannst du das noch mit dem Labor nachmelden? Ja, mach ich. Da müsste ja noch was übrig sein. Ja, mach ich. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt den Grund schon haben. Scheinbar hatte Leas Unfall in Obhut des neuen Lebensgefährten der Mutter doch etwas Gutes. Nur so konnte die Kinderärztin die Ursache für das Fieber der Neunjährigen entdecken. Dennoch ist fraglich, ob Mama Barbara, den Kfz-Meister, wird verzeihen können, dass er sie mehrfach belogen hat. Oh, na das nenne ich mal ein Stofftier. Ja. Sollen wir direkt durchgehen? Ja, geht mir. Ja, darf ich. Da wird sie sich freuen. Ja, da wird sie sich freuen. Tu vor. Einmal reingespaziert. Hi. Hi, jetzt mal. Warte, warte. Das ist nicht schön. Die ist auch, Thomas. Hi, Schatz. Es ist so alles in Ordnung. Okay. Aber sie hat heute Nacht einen Fieberkrampf gehabt. Ach du je. Es ist nicht schlimm. Es ist auch alles wieder in Ordnung. Die Ärztin war auch da. Die kommt jetzt gleich auch noch zu Ihnen. Aber sonst ist sie auf dem Weg der Besseren. Ich habe gerade schon erzählt, was heute Nacht los war, aber in Kurzform. Dann wissen Sie es ja schon. Ja, Fieberkrampf habe ich gehört. Ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass es vielleicht doch eine Meningitis ist, also eine Hirnhautentzündung. Hatte ich aber getestet. Sie war nicht nackensteif. Es war alles gut. Da konnte man eigentlich von ausgehen, dass es das nicht ist. Und dann habe ich sie aber nochmal untersucht und habe da tatsächlich was gefunden, was uns einen guten Hinweis gebracht hat auf das, was sie wirklich hat. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Willst du es mal zeigen, was du da hast? Soll ich hin? Genau, sonst guckt ihr jetzt zu von der Seite. Oh Gott. Wow, das ist aber... Eie. Ein Zeckenbiss. Das ist nicht der Biss selber, sondern das sogenannte Erythema Migrans, was man danach haben kann. Was ist das denn? Das ist eine Hautrötung, die sich da bildet, wo die Zecke gebissen hat. Meistens einige Tage später. Und ich habe gehört, sie waren im Urlaub. Das hatte die Kathi erzählt, die Bettnachbarin. Wir waren vor zwei bis drei Wochen in Bayern bei meiner Freundin Sandra und waren wandern. Wie lustig. So heißt deine Ex ja auch. Woher kennt sie jetzt deine Ex-Freundin? Äh, was sagst du da? Ja, also... Jetzt erzähl mal. Ja, ich muss dir was beichten, Barbara. Also ich bin gestern mit... Da kam ich an Anruf von meiner Ex-Freundin und die hatte einen Platten, einen Reifen. Hatte keinen anderen Rat, als mich zu fragen. Und dann bin ich dann mit der Lea dann kurz und was mal ganz in der Nähe, habe ich ihr geholfen, den Reifen zu wechseln. Und auf dem Rückweg kam halt ein Spielplatz. Ah, und da wollte sie dann gleich hin. Da wollte sie drauf. Typisch. Und dann habe ich auch gesagt, sie wartet ein paar Tage jetzt drinnen und da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich gesagt, komm, gehst du hin und dann fällt sie da hin. Ja, und... Aber ich bin ja jetzt total froh, weil es ist ja nicht daher dann. Weil gestern kann es ja nicht gewesen sein. Wie Sie sagen, der Biss muss ja schon viel früher da dann passiert sein. Also den Biss, den wird sie sich wahrscheinlich in Bayern zugezogen haben beim Wandern. Das macht wohl am meisten Sinn. Ich meine, so etwas kann man auch hier kriegen. Das ist jetzt auch nicht so abwegig. Die Antikörper, die waren positiv. Das zeigt also, dass sie das auch definitiv hat. Aber ich meine, das ist eigentlich schon eine Blickdiagnose. Das ist eigentlich schon ganz klar. Eine Borreliose ist eine Erkrankung, die durch Bakterien ausgelöst wird, die von der Zecke übertragen werden. Das heißt, man hat erst einen Zeckenbiss und dann bekommt man dieses sogenannte Erythema Migrans. Das muss nicht auftreten, tritt es aber dann eben doch relativ häufig. Wird auch oft gar nicht bemerkt, ist auch nicht immer so super sichtbar wie bei unserem Patienten jetzt hier in dem Fall. Ja, und dann kann es eben auch begleitet sein von solchen grippeähnlichen Symptomen, wie es bei Lea auch der Fall war. Und man muss es behandeln dann mit einem Antibiotikum, wie bei diversen bakteriellen Erkrankungen man das ja eben macht. Und dann heilt es in aller Regel auch aus. Sie wird jetzt noch ein bisschen Antibiotika bekommen, muss sie so ungefähr 14 Tage dann nehmen. Aber so lange muss sie nicht hierbleiben, keine Sorge. Also wenn ich sehe, dass es ihr besser geht, dass das Fieber verschwindet, dann kann sie im Prinzip auch nach Hause gehen und das da weiternehmen. Aber eigentlich sollte sie jetzt, wo wir es wissen, wieder völlig gesund werden. Die Zecke ist auch weg. Die Zecke, die ist schon längst weg. Aber dann wart ihr doch jetzt draußen unterwegs. Ja, aber es tut mir wirklich leid. Also wir wollten es dir nicht sagen und dann passiert sowas noch, dann fällt sie da hin. Ist ja zum Glück jetzt nicht so schlimm. Mensch, es tut mir total leid. Lea konnte nach sieben Tagen wieder heim. Das Antibiotikum nahm die Grundschülerin dort zu Ende. Mutter Barbara hat Tim seine Schwindelei verziehen. Er hat versprochen, ab jetzt immer die Wahrheit zu sagen. Der Kfz-Meister versteht sich mit der neunjährigen Lea immer besser und das Paar überlegt, zusammenzuziehen.